Hey Leute, was geht ab? Schaut euch mal dieses Wetter an. Die letzten zwei Tage war so viel schlechtes Wetter und jetzt scheint einfach ganz krass die Sonne. Es ist einfach abartig und morgen soll es 39 Grad in Sydney haben. Da bin ich richtig gespannt drauf, wie warm das dann wirklich ist, weil ich hatte echt schon ewig keine warmen Temperaturen mehr. Ja und heute fahre ich mit meiner Cousine an Manly Beach. Wir stehen jetzt hier an der Bushaltestelle und warten bis unser Bus kommt. Und ja, wir fahren dann auch nochmal bestimmt 20 Minuten Bus und noch 40 Minuten Zug und dann geht es auch auf eine Fähre. Ich war gerade mal beim ATM und ich habe gerade mal mein erstes australisches Geld abgehoben. Das sind 50 Dollar, sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ich zeige euch nachher mal die neuseeländische Währung noch. Und das Coole ist, die Geldscheine hier, die kann man gar nicht zerreißen. Die sind aus Plastik, wenn man die versucht zu zerreißen, das kriegt man nicht hin. Müsst ihr mal ausprobieren. Also bei den australischen bin ich mir nicht sicher, bei dem neuseeländischen Geld bin ich mir auf jeden Fall sicher. So sehen die neuseeländischen Dollar aus und wenn ihr es mal anschaut, die kann man nicht zerreißen. Das geht nicht. Das ist richtig fest. Das kann man nicht kaputt machen. So richtiges Outdoor Geld haben die. Und das sind übrigens die neuen 5 Dollar Scheine. Die sind glaube ich erst vor 2-3 Wochen rausgekommen. Sie sehen richtig cool aus. Wir fahren jetzt mit dem Zug weiter in die Stadt und ich muss mir jetzt erst mal nochmal ein Ticket holen. Der Automat wollte mein Geld nicht haben, jetzt kann ich mir kein Ticket kaufen. Ich habe mir jetzt hier gerade so eine Busfahrkarte gekauft und Geld drauf geladen, weil es ist günstiger, wenn man sich die Karte kauft und da Geld drauf tut. Man kann dann einfach an jeder Station einfach die Karte sich einbuchen und ja, wenn man dann wieder raus geht, hält man die wieder hin und das bucht automatisch die Strecke ab, die man gefahren ist. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Unser Zug kommt. Schaut mal, was für ein geiles System die hier haben. Mega cool, das habe ich auch noch nie gesehen. Da kann man sich einfach dann zusammen hoppen und einen neuen Abteil machen, sozusagen. Sollten sie in Deutschland auch mal machen, das sieht echt cool aus. Was ich euch noch erzählen wollte, mein Flug nach Denpasar ist schon wieder gecancelt worden. Ich muss heute, wenn ich zurück bin von dem Strand, wo wir heute hingehen, muss ich nochmal bei der Airline anrufen und wieder mal nach einem neuen Flug fragen. Langsam nervt es echt, das ist jetzt das fünfte Mal, dass der Flug gecancelt worden ist. Wir sind jetzt fast 40 oder 50 Minuten in die Stadt gefahren und sind jetzt auch schon richtig im Stadtzentrum und hier sieht es echt richtig schön aus bei schönem Wetter. Ich zeige euch das gleich alles nochmal. Und jetzt muss ich hier mich wieder abmelden und dann steht man, hat jetzt 4,50 Dollar gekostet. 20 Dollar waren drauf und jetzt sind noch irgendwie 15 Dollar irgendwas drauf. Das ist echt ein geiles System hier mit der Karte. Die haben sich angemalt, die Jungs. Also wenn die Sonne so scheint wie heute, sieht Sydney auf jeden Fall schon um einiges schöner aus. Timelapse Time. Hört mal dem Typ hier zu, der hat es echt drauf. Neues bei dem. Und wir gehen jetzt zur Fähre. Auch die Fähre kann man mit der Karte hier zahlen. Also funktioniert alles ganz gut. Danke, Mann. Danke, Mann. Lecker 5 Dollar Domino's Pizza geholt. Die gönne ich mir jetzt gleich richtig schön am Strand, wo wir jetzt gerade auch hinlaufen. Ganz schön was los hier auf diesem Manly Beach, weil es extrem Wind ist. Ich bin halt gerade einfach mal richtig fett am Strand eingepennt für eineinhalb Stunden. Aber jetzt gehen wir noch mal kurz was einkaufen. Und hoffentlich habe ich morgen keinen Sonnenbrand. Ich bin wieder zurück und ich habe auch gerade schon mit der Airline telefoniert. Und ja, mein nächster Flug geht am 21.11. Langsam geht mir dieses ganze Fluggecanceler auch schon ein bisschen auf den Sack. Das ist jetzt schon das sechste Mal, dass ich da anrufen muss und einen neuen Flug bekommen. Ja, und keine Ahnung, wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann muss ich mir, glaube ich, langsam echt mal was anderes überlegen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir mal einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und ja, dann sieht man sich im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.